Hey Leute und willkommen zurück zu Zelda Scarlet Sword. Wir befinden uns hier im vierten Dungeon und naja, wir sind irgendwie hier gelandet. Keine Ahnung wie, ist ne lange Geschichte. Wir haben ne Peitsche jetzt. Leider ist sie sehr verbuggt, hab ich gemerkt. Und funktioniert irgendwie nicht unbedingt ganz richtig. Aber wir müssen damit machen, was geht. Und ja, ich merk gerade, ich muss glaube ich alle Spinnen hier killen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das anstelle. Gering. Aber vielleicht kann ich es ja rauslocken oder so. Vielleicht kann ich es ja oben anvisieren, please. Mach da oben. Nee. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber die Steuerung ist echt du mir mit dem Ding. Guck mal, ich kann da ja nicht drauf einfach. Weil das Ding ja da drauf ist, oder? Doch, okay, ich kann hier drauf. Geh weg von mir. Ja, war klar. War klar. Was soll das denn? Gehen? Gehen? Soll ich gehen? Ist es okay, wenn ich gehe? Alles langsam? Das guckt mich so an. Das will mich essen. Was habe ich gesagt? Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe wirklich keinen Plan. Vielleicht muss ich die abschießen. Mit meinem P-Shooter hier. Mit der Schleuder. Hör, was? Fein, was gibt's? Ja, ja, ja. Heilung. Ja, ist mir klar, ist mir klar. Das ist absolut nicht. Greifer? Wieso abschneiden? Zack. Leute, das geht wirklich. Hey Leute, das geht wirklich. Das war sogar... Das war sogar... Die Lösung. Du darfst leben. Weil du mich nicht gebissen hast, darfst du leben. Ja. Kannst dich gerne glücklich fühlen. Ach komm. Der braucht schon diesen einen Rubin. Ich brauche den nicht. Ich bin schon so reich. Nicht wirklich. Hast du irgendwas? Ich höre irgendwas. Da ist jemand, aber er hat mich nicht gesehen. Warte, dann sollten wir aber auch nicht hervorrufen, wenn er mich noch nicht gesehen hat. Warte, ich komme hier gar nicht durch. Hat der einen Schlüssel? Der leuchtet. Er hat einen Schlüssel. Mensch. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Den nehme ich mit, ne? Das ist jetzt meiner. Danke. Tschüss. Tja. Mich trifft ihr nicht mehr. Aber ich treffe dich jetzt. Oh, oh. Er guckt mich schon so an. Der ist ready für mich. Aber erstmal muss ich Link... ...die Außenwelt betrachten. Und das ist überhaupt die Außenwelt. Sass. Eine Truhe mitten in so einer großen Arena? Ah, das war so klar. Stopp jetzt. Sand, du stopp. Und fast down. Soll ich High-Items nehmen? Nichts und Fee. Das hat sich nicht gut an. Hier sollte irgendwo irgendwas finden. Wow. Da werde ich wieder hochgesaugt. Und ich hoffe, ich habe da nichts verpasst. Darf ich auf den Maps schauen? Bitte sagt mir, ich habe da nichts verpasst. Achso, da komme ich noch hin. Da komme ich noch hin, glaube ich. Okay. Na, ich war die ganze Zeit nur hier in dem Wasserbereich. Okay, da kommen wir noch hin. Ach, hier sind wir jetzt. Sind wir gerade lang gerutscht, glaube ich. Hier ist noch eine Kiste. Hier können wir speichern. Wir werden es auch sehen. Ähm. Alter, wie unnötig. Äh. Ich weiß noch nicht, wo ich lang will. Wo können wir überhaupt lang? Da können wir nicht lang? Da können wir lang. Dann gehen wir da lang. Sorry wegen dem Beepen. Super nervig, ich weiß, aber... Was soll ich machen, wenn ich mir jetzt nicht finde? War ein Herz? Oh. Okay, jetzt soll das Beepen endlich aus. Komm, noch ein Herz. Leicht. Was? Da ist ein Rubin gerade durchgefallen. Habt ihr das gehört? Naja. Achso, stimmt. Komm schon. Hey. Das Problem schon wieder. Jetzt. Ich werde die Peitsche niemals verstehen. Ich bin kein großer Fan von der, muss ich sagen. Alleine wegen der Schwerung. Alleine deswegen bin ich kein großer Fan. Oh, nee. Was willst du denn jetzt? Wir haben ja mal ab hier. Das ist. Warte, war ein Herz. Tschüss. Alter. Noch ein Leben. Geht doch. Ich hasse diese Viecher. Super nervig. Okay. Da können wir lang zum Speichern. Hier oben kann ich nicht lang. Hier fehlt mir doch irgendwas. Glaube ich. Da würde es dort Kiste gehen. Ah, die hätte ich aber gerne. Ja, aber. Gibt mir nichts. Wenn ich hier nichts zum Anvisieren habe. Wenn ich da nicht rüberkomme. Ähm. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen. Kommen wir da gleich nochmal zu. Oder später. Mal schauen. Jetzt erstmal. Hier die Tür aufmachen. Dann können wir jederzeit. Zu dieser Kiste. Also zumindest können wir es nochmal versuchen. Jederzeit. Und dann schauen wir jetzt erstmal. Wie es hier weiter geht. Ich weise das durch erstmal ab. Ne. Und natürlich erstmal abspeichern. Und. Vielleicht noch ein paar Herzen schnappen. Das wäre ganz tief. Aber es spawnt leider nichts. Na gut. Dann ist das so. Vielleicht muss man da oben zur Kiste immer weiter zu kommen. Merke ich gerade. Muss eigentlich so sein. Schau mal. Ich weiß nicht von hier aus erreichen. Ne. Ne. Das ist zu weit weg. Hm. Blöd. Was ist da drunter? Irgendwas? Ja. Leil. Geht es da weiter? Oder ist es ein Secret? Warte. Lass mich das mal anschauen. Da war nicht noch ein Rubin? Ich meine da wäre noch ein Rubin gewesen. Ne. Okay. Da war anscheinend keiner. Ähm. Was ist das runtergefallen? Steuerung. Da habe ich bitte den Rubin einsammeln. Befeuert. Verpufft. Danke. Lass uns versuchen an den vorbeizugehen oder uns treffen zu lassen. Das kann man auch machen. Ich fühle mich sogar besser. Ne. Dann verliebe ich mich noch schön leben. Weil die viel muss ja auch mal irgendwann benutzt werden. Versteht man. Die viel. Die will ja auch mal irgendwann frei sein. Ach. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hey. Hi Kumpel. Tschüss Kumpel. Ja jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Oh Herzen. Oh Herzen. Noch mehr Herzen. Jetzt mal Lucky Day. Noch mehr. Schön. Und zack. Hören wir uns das her. Warte bin ich jetzt nicht da wo ich hin wollte. Ach so. Ach so. Ah. Dort noch war alles richtig. Alles richtig. Ist schon alles richtig. Moment. Okay. Jetzt gehen wir nämlich hier hoch. Lenk. 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 Ich bin hier in die Schacheln. Ist auch so dumm. Das ist okay. Ne es ist nicht dumm. Aber es ist so nervig. Dass das damage macht. Das finde ich sehr nervig. Na gut. Okay. Vielleicht muss man höher aimen. Das kann sein. Trotzdem super nervig. So. Und jetzt schnell. Hier hin. Wir wollen weitermachen. Wir wollen den Dungeon fertig kriegen. Also das ist meine Aufnahmenziehe. Ich möchte heute in meiner Aufnahme-Session in den Landen durchmachen. Aber für euch wird es natürlich mehrere Folgen sein. Ganz klar. Okay. Ich bin wieder full. Thank God. Können wir noch mal ein Gimmick zeigen. Juhu. Okay. Ich glaube man muss wirklich höher aimen. Ich glaube das ist wirklich so. Na gut. Hey Vogel. Bock zu kämpfen? Komm her. Yeah. Baaah. Schön. Das ist schon mal down. Das ist schon mal down. War ich nicht in die Kiste? Ich bin direkt über der Kiste. Okay. Also das heißt ja hier ist eine Kiste. Aber die ist unter mir. Aufpassen. Aufpassen. Zack. Zack. Und runter. Und zack. Tot. Und Kiste. Und Rubine. Gibt es irgendwas noch? Nö. Sieht nur so ruinisch aus. Ja. Aber hier ist nichts. Versuchen mal ein paar Schottkatz hier zu machen. Aber die scheinen mir nicht zu helfen. Ich muss kurz stehen. Okay. Weiter geht's. Jetzt aufpassen. Da ist eine Spinne in die Spille. Link. Du darfst gerne. Link. Ah. Muss ich da fallen lassen. Nein. Ich spüre nur was von mir. Okay. Hat irgendwie geklappt. Hab's anders erwartet. Aber hat irgendwie geklappt. Aber hier bitte den Grund um. Oder auch nicht. Mach einfach den. Ist auch okay. Egal. Ich hab ja sowieso schon full Parkes. Was will ich überhaupt. Ich weiß nicht. Die Schraube will ich hier ausziehen. Das will ich. Abkürzung geschaffen. Ich kann damit das Gras weghaumen. Schaut mal. Warte. Da. Seht ihr. Okay. Interessant. Man muss glaube ich doch nicht im richtigen Moment erdrücken. Ne. Muss man nicht. Muss man wirklich nicht. Lass. Lass. Hä? Oder vielleicht doch. Das ist ein Scheißer. Ich dachte ich mache jetzt. Wie. 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 Nee. Damit schieben wir den Kopf. Runter zu dieser Arena. Aber jetzt zerquetscher doch. Aua. Ist wie auf Lego treten. Aua. Jetzt zerquetsche doch die Truhe. Oder nicht. Komme ich denn da hin. Hier. Das ist ne. Das ist ne safe point. wie komme ich denn da hin ich glaube das ist für später oder vielleicht ist es ja doch das könnte sein dass da der rückweg ist und wir jetzt erstmal hier rein müssen deshalb machen wir da ich habe sowieso die abkürzung geschaffen ist kein problem wenn sie stimmen sollte wenn man dann doch weiter muss ich gucke jetzt mal hier drüber nach weil ich glaube dass man jetzt hier rein muss ist dann aber dass wir dann hier weiter geht schauen wir nach was zum neu seht ihr das von hier sieht das aus wie zwei augen zu zwei schwarze augen umrandung bei beiden und das ist das rote mit diesem weißen ist so ein mund da guckt man hier ist einfach nur die schraube das war ein ich möchte mir nicht alle knochen brechen da habe ich keine lust zu ist richtig ist richtig ist richtig ist richtig zum buch hoplins zum buch hoplins ich glaube schon und es sind viele von euch ihr macht mir angst auf die tal ab und ich muss ausruhen und ausruhen die haben ja voll viel leben schwindet endlich oder können sie nicht darum gehen doch die können darum gehen dafür so ja sind zombies vielleicht können ja ich darum gehen weil sie zombies sind kann ja sein ist immer noch immer richtig viel leben oder kann man nicht nur so killen wenn es wenn es mal funktionieren würde mach doch mein gott hey machst du hier jetzt geht's manchmal will er wirklich nicht ich verstehe es nicht mal gut kumpel ich lass meinen frust an euch raus ja hast verstanden ich lass meinen blöden frust an euch raus weil ich hab nicht richtig nervt also wirklich dieser teil des spiels ist nicht unbedingt mein lieblichsteil muss ich zugeben nehmen kann ich glaube ich nur so kleber muss sie wirklich abstechen ernähren bauch viele hier okay dann sind wir nicht vom kipp um hier pass auf link nicht in die giftige soße rein so kann ich auch machen okay das ist einfach vielleicht na gut was hat mir gedroppt das ist ungeleitend was ich schon haben weil der nächste sagt ja schattenkristalle ja wie schon okay hier ist sonst nichts kann man nur hoch da gibt es nichts doch da gibt es die schraube moment 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 da kann ich dran okay da kann ich dran dass es nach einer abkürzung der abkürzung zurück kann ich nicht einfach ignorieren hier ja nach oben zweitens einfach wo mir ist das alte mir sagt sind wir stimmt ganz wertvoll das 1 ja mein herz ach stimmt ich könnte mal analysieren das skelett kopf im wasser das nix drauf vielleicht kommt man kriege mal eine karte ah ne warte ist kein Isaac hier falsch spiel sorry äh da können wir rüber können wir auch hier noch weiter erkunden oh grau brennt hier kommt mir nicht zu nah ich möchte nicht brennen ah die Schmetterlinge habe ich vorhin vergessen sorry ja die Schmetterlinge habe ich vorhin vergessen aber wir haben sie hier noch einmal ach das macht immer die dinger und dann die geben immer herzen glaube ich oder jetzt was zeichnen u steht für drei herzen danke ich mitnehmen trifft die in den augen verborgenen juwelen der mund schließt sich der fluss wird gestoppt was in den augen verborgenen juwelen ok also kann ich ja ein paar bomben aufstocken wie ich es vorne relativ schnell jo sollte reichen und dann gehen wir mal hier rüber dafür schwimmt nix besser sehe ich nichts alles gut bisher dann können wir das gleiche hier machen wir sollten uns darüber schleudern lassen glaube ich ich traue mich nicht komm ich mach nee was das war viel zu wenig aber der stoppt so kurz davor schon nee ich könnte schon mal eine bombe dahin werfen oder oh sagt mir nicht ich muss die bombe richtig timen kann ich hier oben soweit werfen ich versuch mal nee das bringt noch gar nix ja toll ja wird wie ich das anstellen soll was ich kann nichts machen ich kann meine sache nicht benutzen wie lange hält das an hallo ok das ist weg kann ich da hochklettern nee 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 ich glaube das muss ich wegbomben oder ich meine da sind bomben nicht geschenkt bekommen würde schon sinn machen moment wieso kann ich den nicht schnell kombinieren und vielleicht geht das doch nein nee ach toll ganz toll oh hat mir aber den effekt nicht gegeben ne ich wollte meinen beatle benutzen aber das geht nicht so schnell auf gar keinen fall ok ich sollte vielleicht mal darauf hören was mir das spiel überhaupt versucht zu sagen wir haben ja das schild gelesen ich habe nicht gecheckt dass hier eine große statue ist mit großen blauen augen die richtig leuchten und richtig fett sagen hey schieß doch mal dann beatle durch mich durch ja links rechts hat so ein händesein habe ich nicht gecheckt und da drin befindet sich etwas wo wir gegen schlagen müssen und das habe ich wirklich nicht gecheckt also nehme ich mal wieder den l hätte ich herausfinden können ihr solltet besser aufpassen definitiv ja jetzt kommt vielleicht mit dem beatle da durch oder also mit dem beatle die bombe nehmen und dann rüber fliegen warum springst du denn nicht link ach toll jetzt habe ich wieder diesen komischen effekt super unnötig ich kann nicht mehr sachen aufnehmen ja komm jetzt schnapp dir link schnapp dir die bombe danke ja das ja das funktioniert auf jeden fall ja ja wie gesagt ich sollte mal besser aufpassen was mir das spiel versucht zu sagen ja boom boom zack bumm genau den nehmen wir noch mit good measure bomben kann man immer gut gebrauchen und ja ja ich mag die sind ziemlich hilfreich und der peitsche kommen wir hoch und das ist natürlich easy sich darüber zu schleudern oh aber knapp okay da lang hier lang glaube ich hier loslassen bestimmt nicht bestimmt nicht aber wohl wohl vielleicht ist das ja für um ne das ist keine truhe ne man muss hier lang ok ja ach da da ist es so jetzt nach drüben mit dir da jetzt russ ich jetzt in die andere richtung ist das gut ich denke schon wir haben wir jetzt hier erreicht wow noch so ein zombie hey du tschüss er hat nichts gemerkt leute war kein schmerz hat das gar nicht mitbekommen ja den habe ich auch nicht mitbekommen ich renne einfach weg hu hu ciao wie immer was will er tun oh verdammt äh oh ok ok äh das ist glaube ich nicht so gut ok dann muss ich vielleicht den Schalter nochmal betätigen von hier doch nicht von hier geht das doch nicht Moment 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 erstmal bin ich natürlich hier lang so ok dann kill ich dich halt wenn es unbedingt willst hier nur für dich da kann ich ja nicht einfach drüber springen oder ich kann es nochmal ausprobieren ich kann es nochmal ausprobieren sah knapp aus aber funktioniert nicht aber gut na gut kann es denn schon auch kann man ja immer wieder machen wenn man will wenn man den leiden lassen will ah ne das ist noch nicht so unzuwert ich hab das wäre ein Donnerbumme ok jetzt muss ich halt wieder zurückdrehen ne oder nicht doch jetzt muss ich wieder zurückdrehen weil rüber ich habe es nicht schnell genug oder 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 Moment doch das kann klappen das kann klappen das kann klappen ich fall runter ich versuche es einfach mal ich verliere wirklich kein Leben dadurch obwohl ich so blinke vor allem auch weil wenn ich ganz schnell mache ich komme immer ein Stückchen näher ich komme immer ein Stückchen näher ne wird nix das wird nix ok dann sollen wir es noch nicht machen ich dachte vielleicht klappt das nein klappt nicht aber warum habe ich den Schalter dann überhaupt betätigt wenn ich so nicht weiterkomme das verstehe ich nicht wieso muss ich ihn dann betätigen hä na schaut mal wenn ihr oder oh das geht ja das geht tatsächlich ok man muss es so machen nicht nee warte doch warte kann ich mich nicht hier festhalten um auszuruhen kann ich nicht aua aua ok das muss ich anders machen geschickter so dann soweit nach vorne wie es geht und den Rest rennen nee 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 nicht nee auch nicht oh uah ach vielleicht jetzt an der wand einfach hier stehen bleiben eigentlich ja ich kann meine kamera nicht drehen ich weiß nicht ob ich da bin aber ich bin fast da ok ja ok wow da habe ich viel zu viel nachgedacht wenn das so einfach ist die hat auch zu brennen was ist los mit euch das ist ja viel zu heiß von meinem niveau he he ah sieh mal einer an wo wir jetzt angekommen sind in der battle arena bestimmt ok da kommen wir hoch aber ich habe das gefühl das ist nicht das was wir wollen zum einen erstmal die abkürzung hier schaffen da hinten sind noch Herzen und Rubine wenn man die haben möchte da sind sie viel spaß ok keine ahnung ich in die mitte komme ii aber na gut gehen wir erstmal wieder nach oben ah hilfe ich kann nicht schneller verschwinde von mir boah alter wie der runter gefallen ist schnell weg hier link du musst schneller machen schneller schneller los link boah das sieht so weird aus sieht falsch aus überall so weiß und naja wie auch immer wir sind so lange gekommen puh jetzt sind wir hier ich wusste es ich wusste es wir entkommen werden bewege die starte zurück und klettere am seil wieder in die tiefe dort findest du dann den benötigen schlüssel bisschen eine abkürzung das macht auf jeden fall Sinn ja da ist die abkürzung ok ich muss es wieder umdrehen alles so aber das machen wir erst in der nächsten folge denn ich spreche jetzt erstmal ab und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder wenn wir potenziell den dungeon schaffen